Herr Professor Unch, wir sind bei St. Gallen in Wien 2015. Ich möchte heute aber noch mal auf das State-of-the-Art-Meeting der AGO, der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologischer Onkologen, zu sprechen kommen. Was waren denn für Sie die bedeutendsten Änderungen, die entschieden wurden? Oder sogar Bestätigungen, wo man sich vielleicht doch vorher noch nicht so sicher war? Ja, liebe Frau Heidinger, liebe Renate, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist doch immer wieder spannend, am Rande von Kongressen, gerade wenn der Kongress gerade angefangen hat, wie jetzt in Wien, das St. Gallen internationale Konsensus, da einfach mal ein bisschen Review zu passieren. Was haben wir in der Leitliniengruppe der AGO, der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologischer Onkologie, vor einem guten Monat verabschiedet, nach sehr intensiver Vorbereitung? Und was erwarten wir hier in St. Gallen? Wo gibt es offene Fragen, wo man eventuell das international auch noch mal diskutiert? Also es bleibt und ist und bleibt spannend. Ja, das ist natürlich jetzt eine immense Herausforderung, aber ich würde es mal versuchen, auf die wichtigsten Themen herunterzubrechen. Fangen wir mal an mit der Operation. Ich denke mir, AGO 2015, man merkt den Versprecher schon, AGO 2015, hat sich da auch noch mal klar positioniert, zu einem Punkt, wo man von den Therapeuten, den Operatoren immer wieder im klinischen Alltag die Frage bekommt, wann soll ich jetzt eigentlich einen Sentinel-Lymphknoten, einen Wächter-Lymphknoten machen? Vor der Neoadjuvant-Therapie oder nach der Neoadjuvant-Therapie? Nur als Beispiel. Also Neoadjuvant bedeutet, anhand der Tumoreigenschaften wird der Patientin empfohlen, die Chemotherapie oder die Chemotherapie mit dem Antikörper vor der Operation zu bekommen. Das ist Neoadjuvant oder danach Adjuvant. Und in diesem Setting, bevor man mit der OP beginnt, vorher sechs Monate zu therapieren, wird häufig die Frage gestellt, ja soll ich jetzt den Wächter-Lymphknoten vorher oder nachher machen? Ich versuche es mal so einfach wie praktisch runterzubrechen. Bei einer Patientin, bei der die axillären Lymphknoten im Ultraschall und von der Tastuntersuchung unauffällig sind, also da ist kein Lymphknoten, der auffällt, da kann man getrost vorher eine Wächter-Lymphknoten-Untersuchung machen, dann hat man den Nachweis, dass dieser Lymphknoten nicht befallen ist und dann kann die Patientin nach der Neoadjuvant-Therapie im Rahmen der Operation, kann auf die Operation der Achselhöhle verzichtet werden, also wird sozusagen nur die Brust operiert. Das ist ein echter Fortschritt für die Frauen. Und zweitens, wenn der Lymphknoten oder Lymphknoten, mehrere in der Achselhöhle vorher auffällig sind, durch Tasten oder durch Ultraschalluntersuchung, dann lohnt es sich, diesen Lymphknoten, und das ist eine echte gute Neuerkenntnis, zu bioptieren, also zu punktieren, zu sichern, durch eine kleine biopsienlokale Betäubung. Und wenn dieser Lymphknoten dann befallen ist, dann wird nach der Neoadjuvant-Therapie ein Wächter-Lymphknoten durchgeführt, also eine OP mit eingeschränkter Entfernung von Lymphknoten. Und wenn einer oder noch besser zwei oder drei Lymphknoten nicht befallen sind, dann kann man zunehmend, zwar nicht immer, aber zunehmend auf eine Achselhöhle-Ausräumung verzichten. Die gute Nachricht auch für die Patientinnen natürlich in Zukunft, nicht die, die schon erkrankt sind, dass die größte weltweite Studie, die INSEMA, so nennt sich die Studie, auch von Brustkrebs Deutschland, freigeschaltet übrigens mit Zentren, auch aus Österreich, die sich beteiligen, ich glaube sogar, die Schweiz wird auch noch mitmachen, dass wir auf eine komplette Achseloperation verzichten, dass wir in Zukunft gar keine mehr machen. Aber das müssen wir erstmal beweisen im Rahmen einer großen Studie. Es gab noch eine zweite, glaube ich, operative, wirkliche Veränderung, oder ich sage mal ein Statement der AGO, wo es darum geht, wann macht man den Aufbau operativ, wann sollte man ihn machen, was passiert, wenn dann noch bestrahlt werden muss und so weiter. Was hat da die AGO entschieden? Ja, also vielen Dank für diese Frage, die eine echte Frage aus Patientinnen-Sicht ist. Sie hat uns ja die letzten Jahre beschäftigt, sie hat uns auch im Rahmen der AWO GYN beschäftigt, also der Arbeitsgruppe aus unserer Fachgesellschaft, die sich mit den wiederaufbauenden Maßnahmen beschäftigt und jetzt auch in der AGO. Ich denke mir, wir können das so zusammenfassen. Wenn man, aus welchem Grund auch immer, eine Brustentfernung, also eine Entfernung des Brustdrüsenkörpers durchführt und dann ein Implantat, also auf deutsch eine Prothese einsetzt, was ja heutzutage wunderbar möglich ist und eine schöne kosmetische Operation ergibt, mit oder ohne Netze, das ist ja auch nochmal eine gute Diskussion, dann kann man zwar bestrahlen, aber die Komplikationsrate, wenn man auf dieses Implantat bestrahlt, die ist relativ hoch, also 30% der Frauen mindestens, wahrscheinlich noch mehr, entwickeln sogenannte Kapselfibrosen. Aber auf der anderen Seite, wenn man sozusagen die Brustdrüse entfernt und dann bestrahlt und erst später einen Wiederaufbau durchführt mit Implantat, dann ist die Komplikationsrate auch relativ hoch. Elegant ist es natürlich, wenn man mit einem sogenannten Dieb, einem freien Lappen, rekonstruiert. Das ist dann eine aufwändige OP, aber die gelingt dann auch kosmetisch schöner. Für die sogenannten Implantate ist wahrscheinlich die beste Alternative, einen sogenannten Platzhalter einzusetzen. Das heißt, die Haut bleibt bestehen, man dehnt sozusagen das Gewebe auf mit einem sogenannten Platzhalter, dann kann man bestrahlen und kann dann später ein endgültiges Implantat einlegen. Am allerbesten ist es wahrscheinlich, dass man zusammen natürlich mit der Patientin und auch mit den Kollegen im interdisziplinären Tumorboard, natürlich mit den Strahlentherapeuten, diskutiert, ob man nicht auch mal auf die Strahlentherapie verzichten kann. Aber wahrscheinlich habe ich dir jetzt sozusagen Querpass gegeben für die nächste Frage. Richtig. Es gab ja Diskussionen bezüglich der Bestrahlung, wie sie stattfinden sollte, welche Art Bestrahlung etc. Gab es da irgendwelche Neuigkeiten? Also gut ist, dass die Fachgesellschaften der gynäkologischen Operateure und der radiologischen Onkologen, also Kollegen aus der Strahlentherapie, ein intensives und sehr fruchtbares miteinander diskutiert haben. Das ging aber über viele, viele Sitzungen, auch im Vorfeld. Und wir haben gute Kompromisse erreicht, nämlich anhand von Daten. Die wichtigste Neuerung 2015 ist, dass die sogenannte hypofraktionierte Bestrahlung, ich erkläre es mal auf Deutsch ziemlich einfach, eine etwas höhere Dosis pro Bestrahlungseinheit, also am Tag ambulant durchgeführt, aber dafür eine kleinere Menge an Gesamtsitzungen, heißt die Patientin ist zwei Wochen früher mit der Strahlentherapie fertig, hat sich evidenzbasiert im Jahr 2015 durchgesetzt. Vor allen Dingen bei den älteren Patientinnen, also älter als 50, die keine zusätzlichen Risikofaktoren haben und die, die relativ kleine Tumoren haben und nicht befallene Lymphknoten, Hormonrezeptor positiv. Das ist aber eine ganz große Anzahl von Frauen, gerade die Patientinnen, die ihre Karzinome im Screening entdeckt bekommen. Und damit ist diese Neuerung für die Patientin deswegen gut, weil man die Strahlentherapie auf oder um zwei Wochen verkürzen kann. Was bedeutet relativ kleine Tumoren? Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall unter zwei Zentimetern, das ist schon mal der kleine Tumor. Ich denke mir, man kann mit der Patientin, mit dem Strahlentherapeuten auch beim Tumor von zwei bis drei Zentimetern nochmal um dieses Thema diskutieren, denn so diese strenge Grenze in Bezug auf die Risiken, die ist auch nicht gesetzt. Viel wichtiger ist da die Biologie, wenn es also ein sogenanntes Luminal-A-Karzinom ist. Also das Grading ist eins oder zwei, das sind die, die nicht so schnell wachsen. Dieses Kisimu 60 ist unter 15 Prozent. Die Hormonrezeptoren sind positiv. Ja, und der Herzwein-Neustatus ist negativ. Das sind viele Frauen. Und für diese Patientinnen ist es durchaus ein echter Zugewinn, dass sie um zwei Wochen verkürzt bestrahlt werden. Sehen Sie jetzt die Möglichkeit, dass diese Patientinnen auch bundesweit oder auch in anderen Ländern auch jetzt so dann behandelt werden? Oder werden weiterhin, die sagen wir mal, grob sechs Wochen plus dann noch Boost obendrauf weiter noch Bestand haben? Ja, also ich denke mir, nachdem ja dieser Konsensus, also diese Vereinbarung zwischen uns, den Operatoren und den Strahlentherapeuten in einem sehr intensiven wissenschaftlichen Disput stattgefunden hat, dass sich das flächendeckend auch in Deutschland durchsetzen wird. Und natürlich, hoffentlich wird auch dieses St. Gallen-Meeting jetzt 2015, das werden wir spätestens am Samstag hören und dann auch in den Interviews mit Bruce Gibbs Deutschland, dass sich das zunehmend in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz durchsetzt. Also da bin ich überzeugt. Ich bin neugierig, wie das Panel, das Konsensus-Panel, hier in St. Gallen das entscheiden wird. Ich bin aber ziemlich sicher, dass es in der Richtung geht. Wir in Deutschland waren ja diesbezüglich manchmal sogar ein bisschen fortschrittlicher als St. Gallen. Gehen wir weiter zur Systemtherapie. Gab es zu den trippel-negativen Brustkrebsen, also keine Hormonrezeptoren, beide nicht, und auch kein Herzwein neu, gab es da irgendwelche Änderungen in den Leitlinien? Also zunächst mal zu den sogenannten trippel-negativen Mama-Karzinomen. Mich erinnert das an eine E-Mail, die ich vor kurzer Zeit, die habe ich auch übrigens vergessen, vielleicht schicke ich sie dir nicht weiter, sondern ich sage es mal anonym, ich fand das unglaublich gut, was mir eine Patientin geschrieben hat. Ein Interview von Brustgebs Deutschland e.V. mit mir am Rande von einem San Antonio Meeting hat ihr selber, dieser Patientin, deswegen mache ich es so gerne, eine unglaubliche Kraft gegeben, denn diese Patientin hat gesagt, sie hat zum ersten Mal von mir gehört, sicherlich von anderen auch schon, dass die Patientinnen mit einem trippel-negativen Karzinom, die wirklich ein hochaggressives Karzinom haben, oder meistens hochaggressiv, häufig sind das junge Frauen, dass sie nach einer neoadjuvanten Therapie eine sogenannte komplette Remission hatte, also keinen Tumor in der Brust, keinen Tumor in den Lymphknoten, und diese Aussage von mir war für sie so unglaublich wichtig, dass ich gesagt habe, ja, das ist so gut wie Dauerheilung. Ich stehe immer noch dazu, es ist so, aber, man muss auch sagen, es gibt auch die andere Seite der Medaille, was ist mit den Frauen, die keine komplette Remission haben. Und da war ich heute fasziniert, auch wieder hier ganz aktuell von St. Gallen 2015, das waren Präsentationen von Herrn Corigliano hier aus Italien und von Andrew Tutt aus England, die nämlich zusammengefasst haben, was ist denn eigentlich los bei diesen Karzinomen, warum reagieren manche so gut auf die Chemotherapie und warum reagieren manche nicht so gut auf die Chemotherapie. Zwei neue Erkenntnisse. Patientinnen, und das ist AGO-Leitlinie 2015, Patientinnen mit einem sogenannten triple-negativen Karzinom, haben heute die Möglichkeit, im Rahmen der neoadjuvanten Behandlung zusätzlich zu den normalen Substanzen, die sogenannten Anthrazykline, das ist das Ebirubicin für die Patienten, das ist das rote Zeug, und dann das Paclitaxel oder das Taxol, dass sie zusätzlich mit einem dritten Medikament behandelt werden, oder eigentlich im vierten, das Zyklophosphamil ist auch noch dabei, nämlich mit dem Platin, Carboplatin. Denn bei diesen Frauen wissen wir, gerade die triple-negativen, die haben deutlich mehr Remissionen, heißt, da sind dann auch mehr Frauen, die den Krebs überleben. Ist das nur zu beschränken auf die BRCA-Mutation, und das ist jetzt in aller Munde. Die BRCA-Mutation haben wir ja die letzten 20 Jahre nur dann durchgeführt, also diesen Test, bei Frauen, die aus Familien stammen, mit einem gehäuften Auftreten von Brust- und Eierstockskrebs. Jetzt haben wir gelernt, bei den Frauen mit triple-negativen Carcinomen sollte man das eigentlich routinemäßig machen, denn sie sind jetzt auch Kandidatinnen für die Teilnahme an Studien. Was passiert? Dieses Gen, das BRCA, ist ja wie ein Polizist. Der fährt die DNA rauf und runter, also im Zellkern, und repariert Schäden, die immer wieder passieren können. Und wenn ein Schaden in der Tumorzelle passiert, dann kann die Zelle ihren eigenen Schaden reparieren und das können wir jetzt in Anführungsstrichen in Angriff nehmen, indem wir Platin geben oder die Studien, die momentan laufen, beim Brustkrebs, beim triple-negativen Brustkrebs, entweder metastasiert oder auch Adjuvant oder Neuadjuvant mit sogenannten PARP-Inhibitoren. Da gibt es verschiedene Substanzen, die jetzt im Rahmen von Studien getestet werden. Olympia-Studie mit dem Olaparib, die Ab-V-Studie oder Brightness-Studie mit dem Veliparib und die Biomarin-Studie mit dem Thalazoparib. Gute Möglichkeiten für die Patienten und ich nehme diese Gelegenheit wirklich gerne wahr, alle Frauen, die entweder einen metastasierten, triple-negativen Krebs haben oder jetzt neu diagnostiziert sind, ihren Arzt, ihren Therapeuten zu fragen, bin ich eventuell Kandidatin für eine solche Studie und dann natürlich die Bitte an die Ärzte, die Patientinnen in so einem Fall an das nächste Zentrum, das sich an Studien, an diesen Studien beteiligt, hinzuschicken. Wie können wir denn jetzt erreichen, dass jetzt auch diese Testung auf BRCA1 oder 2, also auf eine Mutation, dass die überhaupt bei so vielen Patientinnen durchgeführt werden kann? Also fangen wir mal an bei der klaren Indikation für die Testung. Jetzt sind wir in der unglaublich wichtigen neuen Situation, dass für Eierstockskrebs-Patientinnen, ich werde auch gleich sagen, wo dann sozusagen die Verbindung kommt zum Brustkrebs, bei Eierstockskrebs-Patientinnen, mit einer gewissen Art von Karzinomen. Das sind die sogenannten seriös-papillären G3-Karzinome. Bei diesen Frauen sollte bei jeder dieser Frauen dieser BRCA-Test im Tumor durchgeführt werden, denn sie sind Kandidatinnen, im Falle, dass der Tumor wiederkehrt, also ein Rezidiv haben, für eine solche Therapie mit einem solchen PARP-Inhibitor, der jetzt auch neu zugelassen ist. Das heißt, für Eierstockskrebs haben wir eine klare Testung, das erinnert mich an die HER2-Diagnostik. HER2 machte nur Sinn, ehemals haben wir es gemacht im Rahmen von wissenschaftlichen Studien, aber seit wir das Medikament haben gegen diese Art von Brustkrebs, nämlich das Trastuzumab, machen wir routinemäßig HER2. Genau das Gleiche machen wir im Omarialkarzinom und genau das Gleiche wird auch bei Brustkrebs-Patientinnen passieren. Also, trippel-negatives Karzinom, auf jeden Fall im Rahmen von Studien, metastasiert oder jetzt Adjuvant oder Neuadjuvant, da machen wir es schon, aber im Rahmen von Studien und in Zukunft, wenn das erfolgreich sein wird, dann kann ich mir vorstellen, dass die Patientinnen, die ein trippel-negatives Karzinom haben, alle getestet werden. Im Übrigen, man kann das auch in San Antonio 2014 im Web sehen, also auf dem Videostream, Mary Claire King, die zum ersten Mal das BRCA-Gen entdeckt hat und publiziert hat, 1994 war das, hat in San Antonio 2014 gesagt, alle Frauen, natürlich sehr programmatisch, alle Frauen mit einem Mama-Karzinom sollten getestet werden, weil es gibt noch mehr Gene. Es gibt nicht nur BRCA1 und 2, es gibt Check 2, Rad 51c, Palp B2 und so weiter. Also, wir haben schon ein Panel. Ich denke mir, es ist wie mit dem Airbag-Vergleich, ich habe es gerne. Am Anfang haben wir uns den Airbag nur geleistet in der S-Klasse. Heutzutage ist normal, dass wir diesen Airbag in allen Autos haben und nicht nur einen, sondern 6, 7, 8, 9, 10, 12. Das Wichtige am Airbag ist, dass er nicht auslöst, aber wenn er auslöst, soll er uns das Leben retten und so ähnlich ist es auch mit der Testung. Klare Aussage, wie hat die AGO das bewertet? Die AGO sagt dazu klar, es gibt zwei Arten der Mutationstestung. Das eine ist eine prädiktive Testung. Prädiktiv bedeutet, Ratsuchende kommen zum Arzt und fragen den Arzt, den niedergelassenen Gynäkologen, Herr Doktor, ich habe kein Mama-Karzinom, ich habe kein Ovarial-Karzinom, aber ich habe eine Familie, in der das gehäuft aufgetreten ist. Dann ist es klar, das sind die Kandidatinnen, die genetisch untersucht, genetisch beraten werden sollten und bei einem gewissen familiären Risiko auch ein Bluttest durchgeführt werden sollte. Voraussetzung ist in dieser Situation, dass man einen Betroffenen, also wenn die Mutter zum Beispiel ein Arzt-Synom hat und Eierstocks gibt, was man von dieser erkrankten Frau eine Blutprobe nimmt, natürlich gegen Einverständnis, die testen lässt und wenn eine Mutation gefunden wird, dass dann die Angehörigen, zum Beispiel die Töchter oder die Enkelkinder oder die Schwester auch getestet werden. Das ist einmal die prädiktive Testung. Für die Mutationstestung in Bezug auf die therapeutische Konsequenz ist das momentan nur im Rahmen von Studien. Das heißt also noch nicht Routine. Bei Eierstockskrebs wird das jetzt in den nächsten Monaten Routine werden. Heißt, diese Art von Eierstockskrebs, der ist ja nicht ganz so häufig, aber da ist es, da hat es ja eine therapeutische Konsequenz, weil es ein Medikament gibt und momentan, wie gesagt, im Rahmen von Studien ja, außerhalb noch nicht. Gut, wir hatten von der AGO auch gehört, eine Veränderung dahingehend, wie prämenopausale Frauen antihormonell behandelt werden können. Was hat sich da getan? Also das erinnert mich auch wiederum an eine sehr interessante Geschichte. Ich kam zurück von der AGO-Leitlinienkommission. Ich kannte auch die Daten aus San Antonio zu diesem Thema, die zeitgleich dann auch im New England Journal of Medicine publiziert wurde, sehr hochrangige Zeitschrift. Und meine Assistenten und Oberärzte im Tumorbord sagten wortwörtlich Chef langsam, jetzt haben Sie doch hier eine junge Frau und jetzt haben Sie gesagt, eigentlich sollten wir es so und so machen. Also ich versuche es mal einzudeutschen. Manchmal ist ja der Fortschritt so schnell, wobei wir auf diese Daten schon seit Jahren gewartet haben, dass der Mensch so ein bisschen träge ist, die dann in den Alltag umzusetzen. Aber die Frauen, die jetzt erkranken, die fragen ja uns jetzt, was könnt ihr am besten für uns tun? Zunächst mal, es geht nur in Anführungsstrichen um junge Frauen. Jung heißt? Unter 40 oder auf jeden Fall unter 35, auf jeden Fall, aber unter 40, würde jetzt mal so diese Grenze bei unter 40 sein. Heißt also, es sind immerhin 25 Prozent aller Brustgebspatientinnen erkranken im Alter unter 40, also das ist nicht wenig. Bei diesen Frauen stellt sich die Frage, wenn ich eine Chemotherapie durchgeführt habe, funktionieren der Eierstöcke oder nicht? Und wie soll ich jetzt die weitere antihormonelle Therapie durchführen? Routinemäßig ist das Tamoxifen ein gutes, altes, bewährtes Medikament. Das auf jeden Fall machen. Wenn nun, und das sind ja die neuen Daten, wenn nun nach der Chemotherapie die Menstruation wieder beginnt, die kann aber erst in drei Monaten beginnen, die kann erst in acht Monaten beginnen und manchmal kann sie auch zwölf Monate weg bleiben. Da ist die große Frage, wie mache ich das jetzt? Denn wenn die Patientin ihre Menstruation wieder beginnt, dann gibt es klare Daten, außer Antonio, unpubliziert, dass man dann eine Kombination eben nicht aus Tamoxifen, sondern ein Aromatasehemmer benutzen kann. Also in der Studie, die publiziert wurde, war das das Exemestan, plus einem sogenannten, einer ovariellen Suppression, auf gut Deutsch, einem DNA-Analogan, das sind also Spritzen, die man entweder unter die Haut oder in den Poppe appliziert, alle drei Monate, die die Eierstöcksfunktion runterdrücken, auf gut Deutsch, sie versetzen den menschlichen Körper oder die Eierstöcke in den Ruhestand. Wir machen eine künstliche Menopause oder Wechsel, auf gut Deutsch. Jetzt gibt es einen einfachen Trick zu wissen, wer wird denn nach einer Chemotherapie in den Wechsel gehen, in den natürlichen Wechsel, auch wenn man unter 40 ist, und wer nicht. Man kann nach sechs Monaten, und so mache ich es im klinischen Alltag, und spätestens nach zwölf Monaten nochmal, aus dem peripheren Blut, durch eine Blutprobe, drei Hormone bestimmen. Das eine ist das Östradiol, das andere ist das LH, das Luteinisieren der Hormone, das andere ist das FSH, das Follikelstilmonierende Hormone. Und anhand dieser drei Hormone kann ich genau sagen, die Eierstöcke funktionieren wieder, dann ist es klar, dann ist die Patientin eine Kandidatin für diese doppelte Kombination, also Eierstock unterdrückende Medikamente, GNA-Analoga, plus einem Aromatasehämmer, oder die Eierstöcke haben ihren Dienst eingestellt, dann ist die Frau postmenopausal, und damit kann ich dann der Patientin alleine einen Aromatasehämmer geben. Nur um diese Thematik geht es. Was man aber noch sagen muss, ist, die Nebenwirkungen einer solchen doppelten Kombination sind dann auch anders. Die Frauen haben mehr Libidoverlust, sie haben Knochenschwund, nicht gleich, aber über die Jahre, da muss man auch die Knochendichte nochmal messen, wahrscheinlich kommen wir dann zum letzten Punkt der Bisphosphonate am Ende dieses Interviews, und sie haben auch Mut, Stimmungsschwankungen, die können ja manchmal auch wichtig sein, dass man eben nicht Stimmungsschwankungen hat. Also man sollte das mit seinem Arzt schon sehr genau diskutieren. Gilt es grundsätzlich für alle Risikokonstellationen, oder würden Sie da auch noch einen Unterschied machen? Ja, das ist immer die Frage. Ich meine, wenn eine Therapie super effektiv ist, sie macht keine Nebenwirkungen, dann fragt man ja nicht nach Risiken. Ich würde sagen, die junge Patientin mit nicht befallenen Lymphknoten, die kein sehr schlimmes Grading hat, also kein G3, und mit einem kleinen Tumor, das sind dann eher die Patienten, wo ich sagen würde, das Risiko, dass der Krebs wiederkommt, ist nicht so hoch, da würde ich dann lieber sagen, da ist das gute alte Tamoxifen der Standard. In anderen Konstellationen, junge Frau, Hormonrezeptor positiv, das ist ganz wichtig, nicht die negativen, die kommen nicht in Frage. Vielleicht sogar Herz 2 positiv, vielleicht sogar mit befallenen Lymphknoten, da würde ich dann eher an diese Möglichkeit denken, nämlich dieser dualen Kombination aus einem Eierstocks unterdrückenden Hormon, also GnH-Analogon, plus einem Aromatase-Hemmer. Sind da die Aromatase-Hemmer jetzt gleich zu setzen, weil die Studie ja nur mit einem war? Ja, also aus meiner, ich darf jetzt mal eine Extrapolation machen, das darf man ja auch mal machen, wenn man lange genug Patienten mit Brustkrebs behandelt und auch viele Studienerfahrungen hat. Ja, die Studien wurden gemacht mit dem Exemestan, also einem sogenannten steroidalen Aromatase-Hemmer. Meine persönliche Meinung ist, es ist Jacke wie Hose, also egal ob es man Anastrozol ist oder das Letrozol oder das Exemestan, das dürfte ziemlich egal sein. Also man kann es mit jedem dieser drei Aromatase-Hemmer kombinieren. Da lege ich mich fest. Ich denke, wir haben noch zwei Punkte. Einmal, es gab eine Änderung in der Bewertung der Genexpressionstests. Das heißt also, die Tests, soll die Patientin eine Chemie oder hat sie einen zusätzlichen Nutzen von einer Chemotherapie oder nicht? Was ist da entschieden worden? Ja, also neu ist in der AGO-Leitlinie 2015, da bin ich natürlich super neugierig, wie St. Gallen das bewerten wird, wobei St. Gallen war in der Vergangenheit in dem Falle progressiver als wir die AGO, aber wir die AGO hatten durchaus wissenschaftliche Gründe, uns erstmal zurückhaltend, wissenschaftlich zurückhaltend hier zu äußern. Also neu ist die Genexpressionsprofile, da gibt es mehrere käufliche Möglichkeiten, also von Tests, die in der Pathologie durchgeführt werden, sind jetzt zum möglichen Standard geworden, weil sie sind von der Leitlinienkommission hoch bewertet worden. Um wen geht es und worum geht es? Es geht um die Frauen, die nicht befallene Lymphknoten haben, die einen positiven Hormonrezeptorstatus haben, wo das Herzwein neu negativ ist. Nur um diese Frauen geht es. Bei diesen Frauen ist ab dem Jahr 2015 eine klare Empfehlung gegeben worden für die Multigen-Expressionsprofile, also Untersuchung aus dem Tumor, der auch schon in Paraffin eingebettet sein kann, um dann zu sagen, Chemotherapie oder nicht, nur um diese Frage geht es. Und immerhin, wir können mit diesen Testsystemen bis zu 40 Prozent der Frauen in dieser Konstellation, wo wir sonst die Chemotherapie geben würden, die Chemotherapie ersparen. Das finde ich einen guten und guten Fortschritt für die Frauen. Bei Patienten mit befallenen Lymphknoten gibt es eine einzige Kategorie, wo man auch so in diese Richtung geht. Da ist es dann noch nicht mit dem höchsten Bewertungsmaß, aber durchaus auch im klinischen Alltag lohnt es sich, das nachzufragen, wenn einer bis drei befallene Lymphknoten sind. Ich habe leider in den letzten Wochen immer wieder Patientinnen erlebt, die haben vier und mehr befallene Lymphknoten. Leider muss ich sagen, gibt es null Untersuchungen in dieser Kategorie heißt, da ist die Chemotherapie, die Empfehlung zur Chemotherapie sonnenklar, weil das Risiko so hoch ist. Nur damit hier nicht, manchmal entstehen ja so, Patientinnen hoffen ja natürlich, dass man für sie selber auch im Einzelfall was tun kann oder nicht tun kann im Sinne von Chemotherapie ersparen. Nun kommt die wichtige Frage, wer bezahlt das Ganze? Aus der stationären, aus dem stationären Leistungskatalog kann das nicht getragen werden, weil diese Essays, diese Untersuchungen würden sonst den gesamten Preis, den wir für Operationen, Beratung, Pathologie, Wächter-Lymphknoten untersuchen, Anästhesie, psychoonkologische Gespräche, jeden Tag Visite, Gespräche mit der Brestness, das würde alles dann verloren gehen, das können wir nicht machen. Heißt, auch wenn der gemeinsame Bundesausschuss das für positiv bewertet hat, die wissenschaftliche Evidenz wurde in diesem Jahr auch von einer, sage ich mal, hohen Instanz, gesetzgeberischen Instanz für hoch bewertet, nur irgendjemand muss es ja bezahlen und aus diesem Grunde kann ich nur sagen, wir, die Ärzte, aber auch die Politik müssen sich da endlich mal zusammentun und müssen sagen, jetzt lasst uns das mal vernünftig lösen für die Patienten. Es gibt ja einzelne Krankenkassen, die das bezahlen, aber es kann ja nicht davon abhängig sein, ob eine Patientin den Test bezahlt bekommt und damit eine Chemotherapie erspart bekommt, je nachdem, wo sie versichert ist. Das ist wohl wahr und es ist ja auch so, dass Kosten eingespart werden und Nebenwirkungen und, sagen wir mal, aus wirtschaftlicher Sicht, dass die Frau auch wieder schneller arbeiten kann und so. Also es ist ja nicht nur ein Kostenfaktor, der entsteht. Das sagst du mir, ich sag's den Kassen. Also wir sind einer Meinung. Da will ich jetzt nur noch kurz erwähnen, das war letzte Woche im Berliner Tagesspiegel, ein hochinteressanter Artikel, wo der Journalist sogar sagt, es ist Körperverletzung, wenn dieser Test bei diesen Frauen nicht durchgeführt wird und fordert die ganzen Gremien, die eben eine Erstattung entscheiden sollen, dazu auf, nicht noch ein Gutachten und noch ein Gutachten und noch ein Gutachten einzufordern, sondern endlich die Entscheidung zu treffen, dass das übernommen wird. Können Sie dem auch voll zustimmen? Also das ist ein kluger Journalist. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich bin jetzt ein paar Tage weg aus Berlin, weil ich hier auch schon mal in St. Gallen unterwegs bin, aber den Artikel werde ich mir auf jeden Fall schnappen und dem Journalisten werde ich einen Leserbrief schreiben. Wenn er das so geschrieben hat, dann kann ich ihm nur beipflichten. Das ist genau so. Hoffen wir, dass die Entscheidungsgremien da schnell reagieren jetzt. Letztes Thema. Lass mich raten, bis Phosphonate. Bis Phosphonate, genau. Hat sich da irgendwas getan? Also ich bin heute, also jetzt den zweiten Tag in St. Gallen und heute war ein wunderbarer Vortrag von Professor Gnandt, eigentlich dem Gastgeber hier in Wien von der Austrian Breast Cancer Study Group und seine Arbeitsgruppe und er haben ja hochrangige Publikationen zu diesem Thema gemacht. Er hat es heute zusammengefasst, das was Sie in der Leitlinie 2015 in der AGO auch schon gesagt haben. Ich denke mir, St. Gallen wird das genauso entscheiden am Samstag, nämlich Patientinnen nach dem Wechsel, nicht die vor dem Wechsel, nach dem Wechsel, also die Postmenopausal, die eindeutig keine Eierstocksfunktion mehr haben. Für diese Patientinnen kommt eine Bisphosphonat-Therapie in Frage. Wie kann man die machen? Man kann sie durch Tabletten machen, allerdings haben die Tabletten ziemlich häufig Nebenwirkungen, also Magen-Darm-Trakt. Das eleganteste ist eine Spritze oder eine Kurzinfusion alle sechs Monate und die meisten Daten gibt es auch mittlerweile mit dem Zoledronat, mit dem Zometa, gibt es mittlerweile auch mit dem Dinosomab schon Daten, aber die werden auch noch im Rahmen von Studien erhoben. Also man kann sagen, routinemäßig für die Frauen älter als 50 oder postmenopausal, dass die Patientinnen mit Brustkrebs auf jeden Fall Kandidaten sind für eine sogenannte Bisphosphonat-Therapie. Betrifft jetzt die Frauen, die keine Metastasen haben, weil da ist das wieder anders. Die bekommen es, wenn sie Knochenmetastasen haben, es ja sowieso. Jetzt gibt es ja so viele verschiedene Bisphosphonate und zwar gibt es ja welche, die gegen Osteoporose eingesetzt werden und andere, die eben im onkologischen, im Krebsbehandlungsbereich angewandt werden. Wird das denn immer beachtet? Ich meine, man muss hier letztendlich zurückgehen auf die Daten, die generiert wurden. Also die meisten Daten, die generiert wurden, sind mit einer Infusionstherapie gemacht worden, mit vier Milligramm Zometa, Zoledronsäure, alle sechs Monate appliziert. Ich denke mir, da ist die Evidenzlage sehr gut. Das kann ich auch bestens empfehlen und alle sechs Monate eine Kurzinfusion, glaube ich, ist durchaus machbar. Die Billigvariante ist das tägliche Clodronat, also die Tablette, die aber in locker 30 Prozent fast der Fälle wirklich Nebenwirkungen hat. Man kann auch die Tablette mal vergessen. Deswegen bin ich eigentlich ein Fan von dieser Kurzinfusion. Wie lange soll man das machen? Die Studien sagen manche zwei Jahre, manche drei Jahre, manche fünf Jahre. Ich persönlich denke mir, hier ist die Mitte wahrscheinlich die drei Jahre. Wer im Einzelfall sagt, ich habe das gut vertragen, wunderbar. Bitte aber eins vergessen, auch diese Medikamente können Nebenwirkungen haben. Zum einen muss man die Nierenfunktion prüfen, also das Kreatinin, dass man guckt, ist die Niere gut, funktioniert sie gut. Und zweitens eine extrem seltene, aber wirklich hässliche Nebenwirkung, die Kieferosteonekrose. Das ist also, wenn man so will, ein Eingreifen des Knochens, des Kiefers durch dieses Medikament. Das passiert aber fast immer nur auf dem Boden einer schon bestehenden Parodontitis oder Parodontose. Also bitte vor dieser Infusionstherapie immer zum Zahnarzt gehen, einmal den Zahnstatus überprüfen und dann auch einmal eine Sanierung machen, wenn da eine Parodontose ist oder irgendwelche Zähne, die ein bisschen saniert werden müssen. Das sollte man auf jeden Fall tun. Jetzt würde ich da auch noch mal ganz kurz auf Kostenerstattung kommen. Ich wusste, dass das kommt. Eine Infusionstherapie wird ja einem onkologisch tätigen Arzt, egal welcher Fachrichtung, der kriegt ja dafür Geld. Wenn die Patientin eine Tablette bekommt oder falls das, wenn das Denusumab eben später auch, das wird ja einfach, sagen wir mal, in den Muskel reingegeben oder unter die Haut, das wird ja nicht extra bezahlt. Meinen Sie, dass das einen Einfluss haben kann, wird, welche Therapie gewählt wird? Also man muss sagen, hier ist eine Evidenz schneller als eine Zulassung. Wäre die Zulassung da, wäre das kein Thema, dann würden die Kassen das auch erstatten. Formal haben diese Medikamente für diese Situation der prophylaktischen Behandlung, wenn Metastasen da sind, dann ist es klar, dann wird behandelt. Übrigens bei einer bestehenden Osteoporose, also wenn Knochenschwund schon so im Anmarsch ist oder schon da ist, dann wird es auch bezahlt. Es geht also um die Patientin, die sich prophylaktisch, postmenopausal, älter 50 oder älter 55, mit diesem Medikament behandeln lassen will. Ja, im schlimmsten Fall muss man tatsächlich dann in die eigene Tasche greifen und das dann bezahlen oder man appelliert an die Krankenkasse. Ich habe gehört, in manchen Fällen würden die Krankenkassen da auch einen Off-Label-Use akzeptieren. Off-Label heißt, das Medikament hat zwar in der Evidenz der Leitlinie einen klaren Vorteil, aber es ist noch formal nicht zugelassen. Da kann ich aber auch in diesem Fall nochmal die Pharmaindustrie weitergeben, dass die Pharmaindustrie hier auch wirklich solche Medikamente bitte schön auch zulässt. Ja, ich denke auch, wenn das Patent bald ausläuft und die Daten da sind, muss die Zulassung, auch wenn die was kostet, dann beantragt werden. Sonst wäre es nicht mehr ethisch, diese Patientin in all den Studien behandelt zu haben. Professor, und vielen herzlichen Dank für diese Zusammenfassung. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.